Herzlich Willkommen liebe Freeling Family. Wir sind heute hier in Rottweil im Skatepark. Hier findet ein Skate Jam statt und wie ihr sehen könnt, ist der ganze Park noch nass und hier wird noch alles auf Hochton getrocknet. Ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit und wir schauen mal, was dieser Tag so bringt. Ich werde wahrscheinlich viel mehr filmen und ich bin noch nicht so ganz fit von der Verletzung her. Ich werde wahrscheinlich viel mehr filmen und ich bin noch nicht so ganz fit von der Verletzung her. Es ist schon weit. Es fühlt sich jetzt immer mehr und mehr Leute fahren sich warm. Total gefüllt. Obwohl der Park immer noch nass ist. Ich sehe es schon am Quicktape. Man rutscht ordentlich hin und vor. Aber es scheint keinen aufzuhalten vorne. Alle Altersklassen sind vertreten und keiner lässt sich von dem Wetter aufhalten. Es wurde ein richtig genialer Tag. Okay, jetzt läuft immer noch die Warmer Session. Freunde, gleich geht es los. Ich fahre jetzt nicht mit. Ich habe mich nicht angemeldet. Ich werde mich ums Filmen kümmern. Ich werde noch nebenher in TikTok Live sein. Also wer da noch nicht reingefolgt ist, gerne in der Videobeschreibung abchecken. Da ist ein Link zum Kanal. Ja, alles läuft auf Hochton. Ja, alles läuft. Ciao. Ja ... Ja, alles läuft. Musik Jetzt bitte noch mal zu Mirko! Ok nochmal! See you! L! L! Backside L! L! Yeah Bende! Lucille! Representing the girls here! Lucille, 13 Jahre! Yeah! 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 Yes Dylan! Yeah! 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 Nice one! Nice one! Nice one! Nice one! Two! Yeah! Nice one! Pick up! David Weiglein, here we go! Okay, 10 Sekunden, bro! Ten! Jetzt musst du den Banger drummen! Full clip, man! Hier ist grad Zigarherung von den Kids. Okay! Here we go! Lea Wilmeiner, macht mal Lärm, bitte! Okay, 2-7! 30! Oh yeah! Ah, guten Bro! Yeah, Swiss grind and downgrade! Oh! Yeah, back 50! Oh! Okay, also, let's go! Woah! Yeah, overgrew it! Nice one! Nice one! So good! So good! oh Ja! Ja! Okay, let's go! Ja! Ja! Oh! Oh! Oh my God! What a Crooked! Oh ho! It does, man! Yeah! Whoa, 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 whoa! Woo! 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 Yeah! 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 The world is yours! Yeah! Yeah! Woo! Flow! Whoa! Yes! Good, bro! Yeah! 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 Freunde, wir sind jetzt gerade immer noch in den finalen Runs mittendrin. Gerade eben laufen die zweiten Runden. Ich habe euch jetzt in dem Video nur einen Run von den finalen Runs eingeblendet. Sonst wird das Video zu lange. Aber es war ein unfassbar geiler Tag. Es war kalt, aber wir hatten unfassbar Glück auch mit der Sonne. Und dass es trocken geblieben ist. Am Anfang sah es noch nicht so gut aus. Kann man an den Drohnenaufnahmen sehen. Aber ja, es waren so wie ein Skate Tag sein soll. Geile Vibes, geile Tricks, geile Leute. Es war unfassbar genial. Und ich freue mich hier gewesen zu sein. Diesen Tag, den werde ich auf jeden Fall, sobald ich wieder fit bin, nochmal auschecken. Und nochmal vorbeikommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Schaltet gerne beim nächsten Video wieder ein. So, die Runs sind vorbei. Jetzt gibt es noch die Auswertungen. Und danach noch Casual Tricks und Best Trick. Aber Leute, es tut mir leid. Ich muss jetzt nach Hause. Ich bin so durchgefroren und ich fahre noch zwei Stunden nach Hause. Deswegen, aber es war ohne Witz der geilste Contest, wo ich jemals war. Das war echt richtig top organisiert. Richtig coole Stimmung. Richtig coole Leute. Wetter top. Alles mega.